Das heißt, wir holen jetzt erstmal die Schweine. Chaos-Gewölbe. Oh. Ja, Leute, der Riese ist weg. Das heißt, wir gehen weiter auf Schweinesuche. Also, wir machen hier oben mal die Ecke fertig, holen da die Schweine, dann gehen wir zur Fabrik zurück. Ja, als nächstes ist wirklich mal Mana dran. Ach ja, und das hier ist das, was mehr Erfahrungspunkte bringt, stimmt. Äh, also wir haben mehr Mana. Ich will vielleicht noch ein Level in Kampffähigkeiten geben. Also, ich gehe hier oben lang, das ist kürzer der Weg. Und den Rest, was ich noch an Level... Also, erstmal eins in Wissen für mehr Mana, dann eins in Kampffähigkeit und dann Magie und Wissen hauptsächlich. Meine größere Armee brauche ich nicht wirklich. Die Skills da sind zwar noch nice, aber... Naja. Hm. Gucken wir einfach mal. Aha. Ferrin ist ja halt mehr ein Magier als ein Heerführer. Hm. Well, we don't know. Well, we don't know. Hier oben waren keine Piggies. Nö. Aha. Das heißt, ich muss die hier holen mal. Well, we don't know. Und ja, wenn ich es wirklich drauf ankommen lassen würde, könnte ich auch irgendwo mir starke Gegner wie Vorrocks oder so suchen und ein bisschen Powergaming betreiben. Also, Gegner, die genug Erfahrungspunkte geben. Einfach bis ich die 55.000 zusammen habe. Gut. Grunz, grunz. Ja. Wow, we don't know. Die stehen wirklich alle ums Gehege rum, nicht im Gehege. Ich habe selber nicht mal mehr genau eine Ahnung, wie viele... Die Truppen, äh, wie viele Schweine-Truppen, ja, Truppen. Wie viele Schweine es waren insgesamt. Gut. Oh, da sind mehr. Äh, jetzt ein paar. Oh Gott, sind das viele hier oben. Ach, du meine Güte. We're almost there. Uh-huh. Well, we don't know. Okay. Okay. Ha! Say the word. Well, we don't know. Say the word. Well, we don't know. Wir können folgende Magie nicht verwenden. Wir können folgende Magie nicht verwenden. Hm. Kill whom? That's all. You're a dead man. Hm. Good. Well, we don't know. Good. We're almost there. Well, we don't know. Well, we don't know. Aim! 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 Es gibt aber auch gute Erfahrungspunkte, merke ich gerade. Die Dämonen hier zu verklopfen. well. Gattestis! We're almost there! Ha! really? That's all! You're a dead man! I don't know. Ältesten-Zepter... Ich weiß nicht, ob ich das schon hätte haben sollen. Ich kann's nicht mal einsammeln... ... so Aber hey, wir haben unsere Org-Truppen hat die... hat das upgradbare Level erreicht. Ich hätte gerne, dass ihr die verharrt. Danke. Wieso kann ich eisigen Atem nicht verwenden? Muss ich das echt auf Gegner anwenden? Ja, we don't know. Aim! So. Jetzt werden wir lieber das Nervensägenlager los. Na, die haben aber Holz und Stein eingesetzt. Ich bin hier. Feuer! Ruhst du etwas? Es ist ein bisschen besser mit Feuer. Es ist ein bisschen besser mit Feuer. Es ist ein bisschen besser mit Feuer. Say die Worte! Huh? Hm? Geh wo? At your service. What? Who? What? Really? Us? What? So, ihr seid voll. Ihr könnt noch was tragen. Und dann gebe ich die Nahrung mal ab. Okay, 50 Steine noch. Achso, ihr seid die, die voll seid. Okay. Ich bin hier. Uh-huh. Gut. Wir sind fast da. Oh. Feuer! Vollgepack bis zum Gehtnichtmehr. Gut. Well, we don't know. Wow! Also ja, das mit dem Riesen ist wirklich doof. Aber ja. Wir sind fast da. An der Stadt ziehen wir jetzt erstmal vorbei. Ich glaube, hier oben haben sich keine Schweinchen versteckt. Aha. Hoffe ich jedenfalls mal. Weil sie sind, gehen wir zu dem Chaosgewölbe. Da sind auch wieder drei Trupps drin. Well, we don't know. Bril ist am Arsch. Good. Das heißt, bevor wir zum Chaosgewölbe gehen, kommen wir eh erstmal wieder zur Stadt. Well, we don't know. Oh. Uh-huh. Let's go. Yes. 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 Probably. Feuer! Oh. An dieser Stadt sind... Vorrocks... ...unterwegs. Dann lassen wir die Vorrocks mal Vorrocks sein. Wir sind fast da. Gut. Hm. Könnten hier oben vielleicht Schweine versteckt sein? Uh-huh. Vielleicht muss ich die... Vielleicht muss ich die wirklich erst aufdecken, dass ich sie sehe. We're almost there. Well, we don't know. Wow. Uh-huh. Good. Nein. Aber nein, keine Schweinchen. Da sind Schweinchen. Okay. Also... Oben bei der Wolfshöhle. Das heißt, wir gehen als nächstes erstmal zum Chaoslager. Zur Fabrik und dann zur Wolfshöhle. Hm. Was schleppen die eigentlich so alles noch witzig hoch? Hm. Was schleppen die eigentlich so alles noch witzig hoch?